Hey Alice, willst du hier eine Moderation machen? Ja, gerne Andy. Hallo, mein Name ist Alice und willkommen zu meinem Spiel. Mein Wahnsinn kehrt zurück. Part Irgendwie. Oh, ich bin so müde. Und wir fahren. Ich bin verwirrt. Wir müssen jetzt so aufdrehen und niederdrücken. Das werden wir jetzt sofort machen. Super Alice, du bist so schlau. So, aufdrehen und niederdrücken. Das hast du gerade eben schon erwähnt. Aufdrehen und niederdrücken. Ah, da stört alles. Ja, Leute, willkommen zurück zu meinem Let's Play. Hier fehlt irgendwie was, oder? Kommt mir das nur so vor. Hä? Wo ist dieses Ding? Dieses Schießding? Nein, jetzt mal ernsthaft. Wo ist das Schießding? Hä? Ich bin gerade verwirrt. Ach ja, ich muss ja erst die Nase treffen. Oh. Ha! Hihi! Was war ich? Nee, hä? Wo ist das Schießding? Warum habe ich das noch nicht eingesammelt? Moment. Irgendwas ist hier taul. Ich bin jetzt Jahre her. Es ist Zeit, diese Kinder rein abzulegen. Oder komme ich... Äh, da komme ich doch niemals rüber. Okay, Leute. Ich bin doof. Ich bin so richtig, richtig, richtig doof. Das Schießding! Wo ist das Schießding? Was geht denn mit dir? Gerade war eine Freundin von mir hier. Und die ist der Hammer. Also, ich habe sie ewig nicht mehr gesehen. Und sie kommt erst mal das Erste, was sie raus hat. Was geht denn mit dir? Ja, ja. Hier ist so grünes Mainstream-Licht. Ach, und weiter. Das geht jetzt weiter. Wom geht das denn? Oh. Hä? Naja. Wo ist die Katze? Die Ausmaße dieses trostlosen Traktes kennt keiner außer den Bewohnern. Mhm, mhm, interessant. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt wieder laut genug ist. Ich werde jetzt einfach mal die Stimmen wieder laut machen. Und vor Not, es sind ja auch Dings noch mit drin. Also hier, äh, äh, Untertitel. Ach, nö! Ich mache es wieder leise. Das geht mir auf den Sack! Mann, oh! Das haben die doch gerade mit Absicht gemacht. Ach, nein. Äh. Hä? So. Ich hoffe, das ist jetzt alles richtig. Nicht, dass man mich nachher nicht mehr hört. Kippen den gerechten Kampf. Arbeiten bis zum Umkippen. Im Öl war zu vollen Reisen. Es ist besser zu arbeiten, als dafür bezahlen zu werden. Worte von denen man leben kann. Worte zum Geld. Ein Paradies für Arbeiter. Ein Paradies für Arbeiter. Ist abgeschafft. Kein billiger Spruch. Wir meinen es, er kämpft den gerechten Kampf. Arbeiten bis zum Umkippen. Im Himmel waren uns volle Preise. Es ist besser zu arbeiten, als dafür bezahlen. Industrie nährt sich von Leid, Verfahren und Zerstörung. Sie hat das East End in einen Abort verwandelt. Du solltest ein einfaches Farmleben erwähnen. In Australien vielleicht. Wir könnten dein übriges Erbe zu Geld machen. Arbeiten bis zum Umkippen. Der hier sagt ja was ganz anderes, als der, äh, die komische Maus. Aber das ist einfacher als das andere, glaube ich. Hoffe ich. Was wird denn hier eigentlich gestanzt? Mal so ganz nebenbei. Blum, blum, blum. Ah. Zack. OMG. Ja, das war jetzt einfach. Da sind Zähne, die will ich bitte haben. Äh, muss ich da einfach nur lang? Ich glaube schon. Ach, Alice, was tust du? Was, was, was? Ah. Das geht schon wieder los. Ah. Ach, das ist doch... Was? Wie? Und warum? Das haben die doch gerade Absicht ge... Ey. Bewege dich. Moment. Oh, ich hab's geschafft. Wuuuuh. Stopp. Oh yeah. Aha. Oh yeah. Aha. Ein... Mann. Mann. Stirb doch. Äh. Hä? Okay. Das klappt, das klappt, das klappt, das klappt, das klappt, das klappt. Ja, das klappt. Uuuuuh. Uuuuuh. Los, Alice, los, Alice, los, Alice, los, Alice, los, Alice, los, Alice. Okay. Das ging doch alles schon mal ziemlich gut, bis jetzt. Na? Ich glaub, ich glaub, ich bin tot. Ich bin kein glücklicher Arbeiter. Ich bin schon wieder... Ich bin schon wieder... Ach, Alice. Ich mach doch gar nix. Du steuerst mich doch, du Idiot. Weißt du? Oh. Noch mehr? Mein Gott. Das ist ja... Na, das klappt. Das klappt. Das... Klappt. Sterben ist abgeschafft. Wow. Er hält das ganze Spiel an, um zu speichern. Das war doch ne... Das war grad ne versteckte... Ladezeit. Na komm. Was geht mit dir? Warum reizt du mich an? Oh yeah. Bah. Ein Pilz... Ein Pilz... Pilz... Pilz-Alarm... Ich habe Fußpilz. Ich bin Alice. Ein Fußpilz hat sich gerade selbstständig gemacht. Ich habe ihn getwiftet. Mit meinem Messer. Hopp. Hopp, hopp. Ah, okay. Komm her. Nein! Ich wollte doch mich teleportieren. Ich habe vergessen, meinen Timer anzumachen. So. Toll. Voll vergessen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, wir sind jetzt ungefähr... Äh, schon fünf Minuten hier dabei. Oder so. Hui. Kabo. Kabo. Okay. Oh Gott, wie gemein. Timer, das ist ja auch nochmal eins. Ah! Also ausweichen ist ziemlich gerade einfach. Ach komm. Kabo. Kabo. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, Taddeck. Oh. Woo. Woo. Oh, es ist schief. Nein. Oh, no, 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 no. Es ist tot. Es ist tot. Oh. Ich habe es geschafft. Woo. Oh. Okay, das war gar nicht mal so... So, 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 so. Äh, äh, halb, äh, nö. Haha. Diese Perspektive ist unheimlich gewesen. Äh, äh, hups. Äh, hups. Na, das ist ja alles sehr romantisch. Äh, hups. Äh, hups. Und dann wahrscheinlich da rüber. Ah. Das ist so ein Cheese-Ding. Ja, und leider musste ich, äh, die, die Physik-Stats doch ausmachen. Weil das war mir doch ein bisschen zu blöd, dass es ständig so mega gerüttelt, äh, gerüttelt, gerüttelt hat. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, aber... So bleibt es immer ein Flüssig. Und irgendwann, wenn ich einen neuen PC habe, dann... Dann, dann werde ich für mich selbst in guter Rapik spielen. Schon wieder ein Wurm. Es ist kein Wurm, das ist ein Verfall. Ein Schleichender. Oh, ja. Wer versteckt denn das... Was versteckt denn? Ein Hebel hinter einer Wand. Warum? Wozu? Ich muss es nicht verstehen. Und ich will es auch nicht verstehen. Also, nun? Gibt es irgendwo ein Cheese-Ding? Da ist ein Cheese-Ding. Fertig das? Yeah. Also, ich muss sagen, diese Kopfhörer, die sind der Wahnsinn. Das macht echt total Spaß, mit denen zu spielen. Und wir haben vorhin eine Idee. Also, meine süße, kleine Jasmin hat vorhin kam auf die Idee, wir können doch das, was sie im Tonstudio haben. Dieses Schallpuffer-Dinger. Einmal hier im Flur anbringen. Und ich finde die Idee eigentlich gar nicht mal so schlecht. Vielleicht braucht man nicht mal so viel davon. Vielleicht kostet das aber nicht so viel. Der Lohn für deine chinesische Beharrlichkeit heißt Schmerz. Ich hieß dich aufgeben, aber meine Warnung fand kein Gehör. Und so wirst du dich gleich fühlen wie ein Rummer, in dem man in den wollenden Kochtopf geworfen hat. Und mein Gedanke zu Ende mitzubringen, damit es nicht mehr so schallt. Achso, halt, schallt, was auch immer. Was ist da oben? Also, wenn er jetzt gedacht hat, er hält mich mit sowas Billigem auf, hat er sich ziemlich geschnitten. Lieber Herr Hase, wie auch immer du heißt. Ich hab vergessen, wie es heißt. Ist ja auch egal. Tschüss. Au, Mann. Ah, buh. Aha. Doch. Ach, Mann. Dong. Äh, wie war'n das jetzt? Ähm. Jetzt muss ich... Da wieder... Ah! Nein! Nein! I'm dead now! Ist der Hebel trotzdem schon gedrückt? Ah, ja, der ist gedrückt. Ah, ja. Bewegt sich gar nichts mehr. Okay. Hat keinen Bock, sich zu bewegen. Gut. Dann halt nicht. Äh, Orientierung verloren. Wow. Nein! Das war doof. Was macht sie? Diese Musik macht es nicht besser. Okay. Ich habe keine Lust darüber zu gehen, da muss ich kämpfen. Was? Okay, ich warte. Nein, nein, Mann. Oh, das ist doch nervig. So ein Thema, es ist gar nicht so schwer. Na. Ja, bitte. Was? Au! Ah! Hilfe! Lauf, lauf! Mach das Nest kaputt. Okay. Ich muss erst mal die Kleinen loswerden, sonst habe ich gegen das Vieh nachher keine Chance. Hör auf. Mach es kaputt. Los, los, los. Wuh! Boah, was? Hallo? Boah! Boah! Hilfe! Was ist das? Also man kann es auch ein bisschen übertreiben. Ach, weißt du, du böde Teekanne? Leck mich. Aua! Aua! Mann! Oh! Ich krieg hier so viel Scheiße. Boah! Aaaaaaah! Ufff! So! Maaan! Also das fällt! Das war mega uncool gerade. Pfefferkörner! Flieg! 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 Hey, ich hab's geschafft! Wuhu! Wuhu-uhu! Wuhu-uhu! Mein Gott, das war ja gar nicht mal so einfach. Ach, nö, das machen wir im nächsten Teil. Also bis dahin, ich glaube mit diesem spannenden Kampf ist es ganz fair, wenn man dann jetzt hier mal kurz ein Poist hier macht. Dann sehen wir uns gleich. Ich freue mich. Tschüss.